Schau ins Wetter links! Schau ins Wetter. Es war so cool, gegen den Zug! Oh Mann! Ich denke, wir gehen auf die Brücke. Ja, das ist eine Brücke. Yeah! Ja! Ich bin in einer Dampflokke unterwegs. Das war die Anniperte für die Berge. Das ist offenbar im Zeitraum. Das ist kein Zeug. Die Reine dr teaspoon. Die Reine dröhnen. Die Reine dröhnen. Das zieht dich. Das ist alles gut. Alles verhindert, dass wir den Karpaten haben. Ja. Aber wir müssen uns jetzt nicht drüben, dann haben wir die Karpaten. Dann haben wir die Karpaten, dann haben wir die Karpaten, nicht verloren. Ja. Oh, gut gut. Wirklich, wir sind ganz schön, wir sind nicht zu gefährden. Ja, alles verhaltend. Jetzt, wirst du das Matten, oder? Nein, nein, nein. Ich will noch nicht alles verhalten. Das hier oben ist, ja. Oh mein Gott! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und das ist ein anderes Tunnel, Philips! Spannend! Wie sieht das Schmacken aus? Das ist ein Tier. Das ist ein Tier. Das ist ein Tier. Das sind ein Tier. Das sind ein Garten. Das sind ein Garten. Das sind ein Garten. Da können wir noch über den Winkel anheben. Das ist ein Tier. Das Logan. Ich kann es nicht mehr sehen. Was ist das für ein Borg dort oben? Wir sind jetzt da. Müssen wir jetzt da aussteigen? Was ist das für ein Borg? Hallo? 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 Ich bin cool, da würde ich sehen. Ja. 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 Ja, ja. 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 Hallo! 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 Das ist eine große Herausforderung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für's. Schau, da kannst du voll Zeit fahren. Ja, da bist du nicht. Du musst später fahren bei dir richtig. Ja. Und dann ist es schneller als der andere. Es ist immer da, dass es noch mal ein Glas geht, wenn ich gucke. Jetzt kann ich noch ein bisschen schlafen. Ja, das ist Mami. Das ist Mami. Oh, oh. Oh, no. Wenn Mami auf diese Warnung hat, möchte ich in eine Handwerkspiegel. Ja. Ah, da sind wir vor einem Zug gefahren. Ja. Da fährt die Schmerzen, da geht die Karte vielleicht. Ist doch schön. Ja. 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 Ich fahr jetzt hin. Ja. Seht gut. Auch die fundamentale Karte. Ja. Schau mal. Ja, ich finde selbst lange. Ja. 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 Richtig? Cool, das ist das Radhaus. Wieso steht das hier noch? Andere Wege. Kole. Oder Asche. Kole. Und die Wände. Das ist doch ein Loch. Das ist doch ein Loch. Da hinten. Ich komme dann mal da durch. Oder kann man gar noch nicht da unten? Kann man gar noch nicht da durch? Ja. Ich würde gerne nach unten. Dann will ich hier gut. Der Heer dicho. Dann wohnких Untertitelung des ZDF, 2020